Na ja, wo ist die IP? Von den fernen Bergen kommen wir... Ding ist, wenn ich mich mit 8-Jährigen unterhalten will, gehe ich in den Kindergarten. Wenn ich mich mit 8-Jährigen unterhalten will, schaue ich in die Kommentare von Katja Krasavitsch! Du siehst es nicht, aber ich steppe! Ich könnte es nicht grad nicht sehen, aber ich hätte denke. Und ich nehme schon wieder auf! Ich habe mich verliebt! Ich dachte, es war alles eher dick als Musko-Lös-Radio. Da heißt einfach keiner dein Nutella-Brot. Voll den Rock, Alter! Döner mit extra Schaf. Ich deine Mutter. Dein Pfade, ja. Das wird eine lustige Runde. Die Höchstklasse der deutschen Komitee. Ihr seid... nicht. Lustig. Wie ich auf der 6 gelandet bin. So wie der Bro, Scheiße! Alter, hier ist richtig Gangbang! Alex, hier! Wer will meine Schwester sagen? Egal, wo's euch denn drauf geht. Schießstand! Will wer Döner mit echt... Warum ist dieser Dönerwitz immer noch aktuell in der Minecraft-Szene? Warum lachen da noch Leute drüber? Frag mich allgemein. Warum? Was? Warum gibt es ne Minecraft-Szene? Warum ist dieses Spiel immer noch aktuell? Alter, wie ich ihn weg snipe. Alter, der American Sniper ist ein Witz gegen mich. Trefft gefühlt gar nix. Easy Pee. Huch, alter wie ich sie picke! Drei. Fänger... Wohl... Eher... Hänger... Huch... Bedient! Juhi... Hab ich sie alle... Horus Kun Huso! Hahahaha... Ey Horus Kun Huso! Du merkst direkt wie alt er ist. Ey Horus Kun! Ja, du Huso! Huch, Alter! Huch, Alter! Ich hab diese Runde echt gar nicht... Huch, ich hab dich gekillt! Ich hab dich einfach gefickt, Junge! Ich hab dich genommen und total... Rissen. Wie man in Kreisen sagt. Huch, ich weggefetzt! Ja, wie ich weggeflogen bin ey! Alles, ich krieg mich nicht down, ich krieg mich einfach nicht down! Oh, ich bin down. Wieso werde ich trotzdem zurückgeworpt? Was ist das für ein Kacke? Hey! 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 Ja! Dritter! Ja! 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 G8 wurde gebannt! Ja! Gebannt! Oder auch er! Ich hab ihn bannt! Von den Reap! Hab report! Hab report! Er hat jetzt fucking 2 und einer... Deutsch! Kein... Klammer! Bye! Ja! Und dann was... Ja! 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 Ah! Schwier! Der Scheiß! Ich mach den richtig wütend. Doppelschuss! Alter, du... Du bist so... Du bist so ein Dichser ne? Der Scheiß Bartschichtgastensohn. Achtung, Muck nicht, sonst hol ich Polizei! Nein! Nein! Du Hurensohn! Ich war mir richtig beliebt hier. Ich werd locker gleich gebannt. Wurdest von Nedzack gekickt. Großverleidigend. Alter! Das ist aber so schlecht! Als der eine schreibt, der hat deine Mutter gefickt oder so. Das ist ein Jungtiger, aber dann schreibt Spass und so, oder? Wenn sie von den Kicks. Jaaa! Kegel Keg! Nein! Ich wurde vom Server gebannt! Gebannt? Für 60 Minuten! Gebannt? 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 Gebannt?